Moin Moin und Hallo! Heute ein echt cooles Unboxing Video von mir. Heute der Clowny Rescue Stethoskop. Oder das, eher gesagt. So, es kommt mit einer schönen Box. Und was steht drauf? Es steht drauf mit diesem Stethoskop. Kannst du den Herzschlag von jemand anderem anhören? Es funktioniert wirklich. Und das werden wir jetzt mal herausfinden. Aber erstmal kommen wir zum schönen Teil. Und zwar dem Auspacken. Wir öffnen die Verpackung und holen es raus. Da sehen wir auch schon drei Teile vor uns. Lass uns die mal zusammenbauen. Wir haben hier zwei Löcherlis. Die stecken wir da rein. So, und da rein. Und reinsteckt. Dann haben wir auf einer Seite ein Löcherli. Und das stecken wir hier dran. Sehr schön. Jetzt werden wir diese beiden Enden mit einem Mechanismus in unsere Ohren einführen. Das habe ich nun getan. Und jetzt hat sich Madrushka mal richtig einen Auftritt hier gegönnt. Und wir hören und hören. Der geht es wohl nicht so gut. Deshalb werden wir mal meinen Arm benutzen. Ich packe es auf den Arm drauf und höre wirklich meinen Herzschlag. Echt. Es funktioniert. Cooles Spielzeug für junge Ärzte. Also nicht die echten, sondern die kleinen Kinder natürlich. Denn es ist ein Spielzeug. Trotzdem sagt Madrushka und ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.